Loredana Wollny hat in den letzten Monaten eine echte Verwandlung durchgemacht. Vor allem optisch zeigt sich die Wollny-Tochter von einer ganz neuen Seite. Denn sie hat ziemlich abgenommen. Um ihren neuen Look zu perfektionieren, hat Loredana sich nun einer weiteren Veränderung unterzogen. Sie hat dem Friseur einen Besuch abgestattet. Das teilt sie mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Zuerst zeigt sie sich mit nassen Haaren auf dem Friseurstuhl liegend. Anschließend präsentiert Loredana Wollny den Usern ihr Ergebnis in einem Vorher-Nachher-Foto. Der Unterschied ist deutlich zu erkennen. Loredana hat sich von ihren blonden Haaren verabschiedet und sich für einen einheitlichen, dunkleren Farbton entschieden. Ich bin mega, mega zufrieden. Und es ist genau so geworden, wie ich es wollte, schwärmt sie in ihrer Story. Ihre neuen Haare können sich auf jeden Fall sehen lassen und machen ihre Transformation komplett. Anfang Juni postete Loredana Wollny einen Beitrag, der sie in knappen Shorts zeigte. Bereits hier war gut zu erkennen, dass sie abgenommen hat. Immer wieder teilte sie auf ihrem Instagram-Account Fotos von sich in engen Kleidern oder knappen Oberteilen. Dass die 17-Jährige abgenommen hat, ist natürlich auch den Fans aufgefallen. Auf die unzähligen Nachfragen ihrer Follower, wie sie so viel abnehmen konnte, reagierte Loredana und teilte auf Instagram ein Video. Die jüngste Tochter von Silvia Wollny. Silvia Wollny kann mächtig stolz auf ihren Abnehmerfolg sein. Doch Loredana ist nicht die einzige in der Großfamilie, die den Pfunden Ade sagte. Auch Silvana, Estefania und Sarafina Wollny sind deutlich erschlankt, wie man vor allem auf ihren Instagram-Profilen sehen kann. Silvana verriet auf der sozialen Plattform ihre Tricks. Mehr Gemüse essen. Das meiste Gemüse hat im Verhältnis zu seiner Größe sehr wenig Kalorien und macht somit durch das höhere Volumen schneller satt. Langsamer essen. Es dauert etwa 15 bis 20 Minuten, bis das Sättigungsgefühl einsetzt. Bis zum nächsten Mal.